Hey, hast du gesehen? Kennst du Rafid? Barelo? Nein, wer ist das? Warte, Schlatti, nein. Kennst du den? Hey, Barelo, was sagst du dazu? Illuminati? Warte, 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 was sagst du dazu? Oha, bist du Teufelsanbieter? Nein. Also machst du auch nur so. Ich habe gesehen vor zwei Tagen bei dir irgendwie, was weiß ich was, du weißt, was ich meine so. Aber tätowieren, bereust du das nicht irgendwann? Ja, ich habe gestern mit Arafat geredet. Habe ich ihn auch gefragt. Ja, der hat mit mir gesprochen, der meinte so, was bedeutet 666 und so weiter. Der meinte Satanszahl, ich so, ja, nicht unbedingt und so, wir haben ein bisschen gearbeitet. Da sieht man unter Augen, da sieht man wie Augenringe. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Kennst du Ibo? Welcher Ibo? Kurt Ibo. Kurt Ibo, ja, ich kenne ihn, ja. Salam aleikum, salam aleikum. Hier ist Kurt Ibo. Ich tue dich mit denen rein. Hey, Gott bewahre. Nene. What is it? Nene. Uli, Uli, ich bin Ibo, was für Englisch. Uli. Uli. Ja? Es geht bra. Geh mal weg, Junge, was für Bra, schickt mir tausendmal Einladung. Du kennst mich nicht, was für Bra. Warte, warte, ich rufe jetzt an, damit ich mich reintun. Ich rufe jetzt an, damit ich mich reintun. Ich rufe jetzt an, damit ich mich reintun. Barrello. Hey, komm, lass mich rein. Warte. Lass mich rein. Barrello. Hey, Demet, bist du echt? Das geht jetzt in Ernst? Ja, kannst du dich sein? Oh, ich... Nein, sag ich nicht. Warum? Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Nein, das ist mein Cousin, hör auf, Mann. Dein Ernst? Wollen wir noch Cousin? Cousin? Ist bitte angreiflich, soll ich Polizei anrufen? Nächste Woche habe ich Lamborghini. Was machst du über die Jungs aus der LB? Nein, nein, ich habe hier einen, ich zahle dafür, aber ich will ein bisschen, weißt du? Kennst du doch? Wenn du einen Mann machst, Bruder, mach dich immer. Das ist doch eh, dass ihr keine Kinder unter Frau machen könnt. Soll ich Shirin reinholen? Ja, hol den rein. Ja, grüßt euch. Grüß dich. Wie geht's? Gut, und dir? Äh, ich würde... Ebo geht voll auf Angebote und so, hat dich beleidigt. Geht auf voll was? Hat Orospu gesagt, alles von A bis Z. Ich weiß. Ja, weil ich hab ihn gerade angespuckt. Oha. Weißt du, was er sagt? Du kommst bei ihm, suchst Angebote. Was für Angebot, die an der Kasse, die zocken einen ab, die geben, Rest geht nicht mal wieder. Was er labert, Alter. Oha. Er muss noch einmal Tache alles sagen. Er hat ganze Laden schlecht geredet. Wala, das Problem ist bei ihm, er ist falsch. Und er denkt, er kann mit mir so ein Fax machen. Wenn einer ihn so etwas zurückmacht, er ist sauer. Was aber, wie ist euer Streit passiert? Mich würde nur interessieren, wer gerade das Auto fährt. Was? Er hat so eine Sache gemacht, dann ich guck ihn an, ich hab ihn angespuckt, ich bin rausgegangen, er hat mich wieder eingeladen, ich hab ihn nochmal angespuckt, dann raus und dann hab ich ihn nochmal angespuckt. Aber was ist der Grund, warum du anspuckt hier? Bist du ein Lamar? Ich weiß selber genau. Er ist ein falscher Fifi, so wie der man sagt. Junge Lamar, kein Scheiß, ich mach das extra für Fame. Alter, Barilla, hast du Selbstbräuner drauf? Nein, der ist der Basolarum. Ich bin braun von alleine. Aber warum bist du so... Komisch braun. Er ist meine Hautfarbe, was laberst du? Aber warte mal, wie gehst du jetzt auf Hautfarbe oder was? Du bist so rassistisch, ne? Oha, hey, mob ihn nicht, bitte. Aber eins, man ist ein bisschen so... Du bist richtig so... Braun irgendwie, wie so... Als ob du Bronze auf dein Gesicht hast. Warum hast du noch erkannt, Barello? Ja, hol mal Ibo rein. Wo ist Ibo? Holt doch mal Ibo rein, Leute. Und so wird doch nix. Der eine ist eh am Schlafen, der andere ist eh am Telefon. Ey, Ibo hat was... Komm mal leicht, du Arsch. Ja, ja, hol ihn mal, er ist grad live. Kommt ihn mal rein. Er kommt niemals rein jetzt. Erstens wegen Shirin, zweitens wegen Hamid. Oh, Shirin, die kleine Oros. Jetzt raus. Ey, warte, warte. Tu mich von neu an. Salaam aleikum. Aleykumsalam. Salaam. Oh, Hamza, wie geht's? Gut, dir? Oh, gut. Wie geht's dir, Beton? Barello, passt bei mir, bei dir? Ja, passt auch. Aber wir haben uns schon begrüßt vorhin. Warst du Solarium, Bruder? Ja, warum? Bin ich braun? Bruder, du bist schwarz, Alter. Ola, du bist schwarz geworden. Barello ist doch reich. Er hat sich an Solarium gekauft. Barello? Hast du mit ihm geredet? Ja, wir reden privat. Wir reden privat. Ich wollte dich anrufen, aber du hast angelehnt. Was? Ich war gestern am Schlafen. Wallah, ich hab gesehen. Ich war gesperrt gestern, ja. Ich bin dann eingeschlafen. Ich wollte noch mal live gehen. Ich bin eingeschlafen. Wallah. Aber hey. Respekt an meinem Bruder und so, ne? Richtig stark unterwegs. Danke, ja. Der Aßmann. Ja. Der ist ein super Junge, ja. Was ist das? Ey, Abu Hamza, ich hab eine Frage. Warum hast du früher geredet, zum Beispiel? Was ist das denn? Was ist das? Diese deutsche Akzent, wie diese Berliner Akzent. Warum hast du früher so geredet? Wallah, ernste Frage. Wallah, ich mach ein Mascara. Ernste Frage. Das war lustig, Wallah. Was ist das denn? Einfach so, Wallah. Einfach so, Wallah. Einfach so auf Mascara, Wallah. Kannst du immer noch so reden? Nein, ich mach nicht mehr so, Wallah. Wallah, ey. Wow, wie du früher... Ey, früher warst du wirklich krass, ja. Was ist das denn? Ich hab... ich hab nicht. Was ist das denn? Ich hab... ich hab nicht. Ich hab so hässlich, Alter. Ich feier Abu Hamza, Wallah. Was ist das denn? man kann dich nur feiern alter von früher bis jetzt was war ein maniak was war ein maniak was war ein maniak guck mal wie gut ich weiß nicht ich bin nicht direkt was ich bin nicht ich will nicht wie ich da erzählen nein wenn du siehst du nicht siehst du nicht man hört nichts was geht ab Leute was geht ab Leute was geht ab Leute ok machen wir auch hier irgendwas zu zeigen ja ok aber wo steht hier diese deutsche so was unsympathisch aber wie nenn man das nenn man das hochdeutsch oder nenn man das das war einfach so das war einfach so kassler ich hab ein bisschen das ist berliner ich mach das manchmal so aus ja aber von welcher Stadtteil kommen diese Aktion weil Berlin ist groß Keine Ahnung, ja. Ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Deutsche, die Hochdeutsch reden, reden so. Ich hab's einfach... Er redet auch so. Ganz normal, ich hab's einfach nur so gemacht. Aber wie lange ist das her? Boah... Zehn Jahre. Oha, Junge, von wo vielen die Videos von zehn Jahren? Keine Ahnung, Wanda. Wo warst du da auf diesem Video, Bro? Ich glaube... Ob irgendwo ein Alp war, ich live, Wanda, ich weiß nicht, ja? Ich weiß selber nicht mehr, Wanda, ist lange her. Crazy, man. Ich glaube, Facebook. Ey, Barelo. Ja? Was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht live bist? Wie lange schläfst du? Bestimmt bis 18 Uhr. Nee, bis 14, 15, so, ne? Dann guck ich, was ich mach. Warum machst du keinen Sport? Du bist voll die Verschwendung, Bruder. Du bist zwei Meter groß. Du bist zwei Meter groß, hast gute Statue, aber Verschwendung. Warum? Was für Sport denn? Was die das? Geh laufen, gehen schwimmen, gehen boxen, gehen nach irgendwas. Was die das denn? Wanda, Wanda, Wanda. Wanda, Wanda, Wanda. Wanda, Wanda, Wanda. Aber du checkst mich, ich feier, ich feier dich. Ich bin Fan von dir. Wanda, was will der, Wanda? Wanda, was will der? Warte, das denn? Da bin ich wieder. Wanda, King, Amza! Ja, wo haben Sie das kicken? Es geht? Nichts, er hat gute Idee. Was hast du heute gemacht? Wollah, nichts. Chill, bisschen dies, bisschen das. Ey, Beton! Ja, Bruder! Kämpf du gegen Amar! Bruder, Amar ist sein Bruder, ja. Ich kann nur mit Hass kämpfen. Wollah, kannst du nicht so freundschaftlich? Bruder, was soll ich dir sagen jetzt, Bruder, Mann? Ja, kann man machen, Wollah. Ich kann gegen jeden kämpfen, Bruder. Es gibt keinen Menschen, den ich nicht kämpfen würde. Aber, Bruder, Amar ist einfach ein Bruder so irgendwie, weißt? Richtig. Wenn ich kämpfe, würde ich mit Hass kämpfen. Ja, Mann, so mit Hass, Bruder. Ich gehe rein und denke mir, ich bringe ihn um. Ich schaue mir den Johnny. Aber... Ich schaue mir den Johnny. Lettens Amar, wer war der Typ, mit dem du gekämpft hast? Ein kleiner Sipp. Hey, aber du hast ihn schnell Kaor geschickt, ne? Der ist ja auch vom Bösemann, seine Leute. Die fallen alle schnell. Ist er vom Bösemann? Hey, äh, Marello? Ja? Ja? Was denkst du? Wie wird der Kampf ausgehen zwischen dir und Brüsch-Ibo? Haha, Junge, ich werde ihn ausknocken direkt. Erste Runde. Du musst Göt-Ibo auseinandernehmen, ja? Haha, warum nennst du ihn so? Ist was vorgefallen? Du musst dein Tease, dein Tease auseinandernehmen. Ey, was passiert? Ja, einfach so. Der ist komisch. Der hat keine Chance gegen dich, Wander. Ey, warum steht da oben Beschränkung, Alter? Was ist das? Äh, du musst aufleihen und wieder anleihen, sonst wirst du gesperrt. Barello, kämpfst du gegen den wirklich? Wander, wenn Beschränkungen da oben kommen, rechts, wo dieses Haus ist, kannst du gesperrt werden. Wo, wo denn? Na? Wo, wo? Da oben hat er eine Beschränkung bekommen und ganz rechts. Ich hab doch schon Widerspruch gemacht. Ja, du musst ein bisschen gesperrt. Nein, geh raus, besser, Wallah, geh raus. Warte, geh raus und komm wieder direkt live, Bruder, wir nehmen dich an. Barello? Ja. Hast du noch jemanden auf Kicker, Bruder, den man... Barello, wann kommt Ercan nach Berlin, dein Manager? Er kommt bald, bald. Was? Vielleicht im... Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum, Salamu alaikum. Was machst du, was redest du da? Was ist das denn? Ich höre, ich höre schon die ganze Zeit Koran. Masha'allah, At-ham-Alaikum. Sehr schön. Al-Jabi, der Abu Hamza hört auch auf so ein... Naschid und so. Ist das... Ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist das normal? Ihr seid eine Stunde Koran, alaikum. Und keiner merkt das von euch, Wallah. Das ist so schlimm, Wallah. Die Welt ist so verblendet. Wallah, so verblendet diese Welt. Keiner achtet mehr auf die wichtigen Dinge. Keiner achtet mehr auf die wichtigen Dinge im Leben, ja? Wallah, du hast recht. Was ist schlimm geworden alles? Wallah, alles nur noch so oberflächlich geworden, diese Menschheit. Warum ist das so, Islam, Qasbullah? Warum sind die Menschen so oberflächlich geworden? Keiner fühlt mehr mit den anderen, ja, Salamu alaikum. Eine gute Frage. Wallah. Als die Leute angefangen haben... Guck mal, als die Leute das hier verlassen haben, oder? Den Koran, die Religion, sind sie leider verloren gegangen. Damals, die Muslime, ich rede jetzt nur von den Muslimen, sie hatten Ehre und Stolz, Bruder. Sie waren, weil sie sich an den Koran gehalten haben, waren sie geehrt. Aber heutzutage, die meisten Muslime leider, halten sich nicht an den Regeln, halten sich nicht an den Koran. Und deswegen hat Allah, subhanahu wa ta'ala, sie in so einen Zustand gebracht. Und wie schaffen wir es, wieder diese Stärke zu kriegen? Indem wir zurückkehren. Indem wir uns mit dem Koran beschäftigen. mit den Hadithen, mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann, Bruder, dann kriegen wir wieder diesen Zustand zurück. Die Muslime hatten so viel Ehre, Bruder, damals. Sie haben nur einen Brief geschickt irgendwo hin. Und die Leute haben, sie wussten, okay, jetzt gibt es hier keinen Spaß. Die wurden respektiert, die wurden ernst genommen. Aber heutzutage, Bruder, subhanallah, Leider Allah hat die Muslime erniedrigt, ist einfach so, weil sie von der Religion weggekommen sind. Und wenn jemand praktizierend ist und an der Religion gebunden, dann wird er sich nicht so verhalten, wie du gerade gesagt hast. Ja, Bruder, allah, 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 Unser Prophet war Analphabet. Wusstest du, Ojabi? Nein. Der erste Vers, der aufbrach wurde, war Iqra. Iqra, bismillah, allah, 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 Suraq Al-Aullah, die Auld professor, die offenbart wurden. Lies im Darum deines Herr. Und dann hat der Prophet sallallahu sallam gelesen Jibriela. Marello, wo bist du gerade drinnen? Wirst du im Bad präsent? Warum, Bruder? Aber noch an der ist gerade der Typ.. Schau, dass es rot ist die ganze Zeit. Schau dir wie answerisch aus, eigentlich? Ja, hier, aber so, wenn man so ein bisschen, du machst dich zum Sohn. Ja, mach das ein bisschen sauber, ein bisschen. Mann, der ist durch, der Typ, ja. Mann, der ist durch. Was hast du am Sack? Bruder, du gehst einfach auf Toilette, ja. Eine Frage an alle. Was glaubt ihr, wenn jetzt der jüngste Tag beginnt? Bruder, ich bin noch kurz, also Toilette ist schon zu, aber trotzdem ein bisschen schraubig, warte kurz. Tut mir leid, ne? Ich hab voll vergessen. Barello? Ja, der richtiger Mr. Vifar. Barello ist Mr. Vifar. Einfach Mr. Bin aus TikTok. Mohammed, ich hab deinen Bruder hier auf dieser App gesehen. MashaAllah, er scheint sehr, sehr korrekt zu sein. Ja, ja, wallah, ja. Ist ja auch, wallah, ist ja auch. Bruder, Islamkös. Er ist ein sehr, sehr netter Mensch, wallah. Und hat sehr viel Saber in sich. MashaAllah, bleibt er so und lässt sich nicht von diesen Leuten hier provozieren. Er redet wie du, wenn du keinen Tefte genommen hättest. Wallah, er redet ganz normal, ehrlich gesagt. Wallah. Bleib ich da. Und er redet sogar noch besser als ich. Abu Asman, besser, Mann, Alter. Ja, wallah, ja. Islamkös, wie heißt du, Bruder? Abu Nur. Wie? Abu Nur. Abu Nur. Okay, Bruder, freut mich. Aus welcher Stadt bist du, Bruder? Ich komme aus Nürnberg, Bayern, Bruder. Erzähl ihm mal, erzähl ihm mal diese Geschichte, was du erzählt hast, Mann, diese, weil zu Hause, wo du, wo du in der Küche warst. Wallah, vielleicht kann er dir helfen, Wallah. Ja, Bruder, schau mal, Islamkös, Bruder. Ich bin nach Hause gekommen um drei Uhr nachts, ne? Keiner war zu Hause. Ich hatte Hunger. Ich hatte richtig Hunger, Bruder. Ich bin dann in die Küche, hab Kühlschrank aufgemacht, Essen auf Tisch getan, hab vorbereitet, wollte essen. Und dann auf einmal, Bruder, ist neben mir eine Stimme, Bruder, eine lachende Kinderstimme, Bruder, richtig laut, richtig laut. Neben mir hat diese Kinderstimme gelacht, so, Bruder, weißt du, in der Nacht. Und dann, Bruder. Sag, Wallah? Wallah billah, ist schon auf Koran. Aber die Nachbarn vielleicht, haben Kinder ... Nein, Bruder, neben mir, neben mir, so neben mir einfach, Kind gelacht, Bruder, richtig laut sogar. Hast du dann aber nichts gesehen? Neben, neben heißt das? Neben mir, ja. Aber du hast nichts gesehen, also nichts gesehen oder so? Nein, Bruder, nein. Aber es kann sein, es kann sein. Die Djin, sie machen ... Bei mir und bei Abunuh, bitte. Die Djin, sie machen sich aufmerksam, wenn sie zum Beispiel, manchmal sind sie in einer Wohnung und sie fühlen sich gestört. Sie leben da in dieser Wohnung und sie machen diese Geistersachen, was wir als Geistersachen denken, damit wir rausgehen und denken, diese Wohnung ist verhext. Verstehst du? Sie machen solche Sachen, wie zum Beispiel das, oder Türen gehen auf und zu, man hört Schritte. Das sind alles ... Schritte habe ich auch gehört. Das sind alles Schritte. Genau, das sind alles ... Ich bin in einer Wohnung jetzt alleine. Wenn die da sind, dann sind die da, Bruder. Morgenstags, am Abend sagt, vor dem Schlafen gehen, nach jedem Gebet. Immer diese Suchen schützen, dann ist man geschützt, be-e-sen-Allah. Mit der Zeit. Dann, Bruder, Wasserflasche und rezitieren. Bis zum Ende. Und dann trinken. Reinpusten und dann trinkt man das. Man kann damit auch baden, man kann damit auch einfach auf seine Hand, in sein Gesicht sozusagen, sein Körper. Damit waschen. Welche Wasser muss da sein? Muss Semsem Wasser sein, oder? Eine Frage, ne? Bruder, wenn man auf dieser Dünya schwarze Magie bekommen hat, bekommt man dafür das Paradies? Es ist eine Prüfung. Nein, also so kann man das nicht sagen, dass man Paradiesse, aber es ist eine Prüfung, Bruder, von Allah. Und wenn man diese Prüfung besteht und es ist eine starke Prüfung, dann hat man gute Chancen, inschallah. Inschallah. Also, ich übersetze mal Sura al-Falaq. Sura al-Falaq, was ich gesagt habe, die 112. Sura. Allah sagt im Koran. Ich suche Zuflucht bei Allah, der der Herr von Al-Falaq ist, vom Morgen ist, okay? Min sharri ma khalaq, vor dem Übel, was Allah erschaffen hat. Ich suche Zuflucht vor dem Übel, vor allem Schlechtes, was Allah erschaffen hat. Ich suche Zuflucht vor der Nacht, vor der Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Ich suche Zuflucht vor den Zauberern und die Leute, die sozusagen Sihir machen. Und... Bitte? Ich suche Zuflucht vor den Neidenden, der Neid. Ja, der Auge macht, der Neider, wenn er neidet. Diese Sura schützt gegen Auge, gegen Sihir, gegen Jinn, gegen alles. Alles Schlechte, was uns schadet. Aber nicht nur das. Auch gegen Menschen, die uns schaden wollen. Gegen alles Schlechte. Deswegen Sura Al-Falaq ist sehr, sehr wichtig. Man muss das jeden Tag rezitieren. Am besten ins Wasser, pusten und dann schlucken. Bruder, wie nennt man diese Koran-Kette? Wie nennt man das? Was bedeutet eigentlich Min kullu Shai'ini Sika? Was bedeutet das eigentlich auf Deutsch übersetzt? Von allem, was er dir schadet. Von allem, was dir geschadet wird, sozusagen. Warte. Was bedeutet das auf Deutsch übersetzt? Das heißt, Allah soll dich bewahren für alle Schlechte, von jedem Neidenden. Und er soll dich heilen. Genau. Bruder, es ist sehr gut, dass du es ansprichst. Diese Koran-Sachen, diese ganzen Amulette und so. Also das ist meistens, das ist meistens das, was Sahar ist. Aber so, Bela, Leute, die so schlimme Leute sind, die machen in diesen Dingen, machen die so Sahar rein. Und dann fragen es die Menschen. Das haben die bei mir gemacht, Bruder. Gibt es auch Frauen, gibt es auch Frauen, die machen schwarze Magie. Pass auf. Bruder, ich hatte diesen Koran in Leder. Da war ja Leder umherum. Und ich hatte das ein Jahr lang, Bruder. Da war Flucht, Bruder. Flucht, sein Vater. Bruder, diese Sachen mit Wasser. Wir lesen das Wasser. drauf machen und dann verbrennen. Ja? Ja, verbrennen. Insjallah. Das Rukiya, ja. Das Rukiya, genau was ich gerade gesagt habe. Du kannst dich selber auch, äh, Tiki-Tirki-Halak be-du'a's und so. Das hat unser Prophet auch gemacht. Allallah, wassallam. Die beste Rukiya ist sowieso, dass man sich selbst beließt. Das hat Sayyid Na Muhammad auch immer gemacht. Wallah. Ja, Bruder, ich hatte ein Jahr dieses Sir an meinem Hals, Bruder. Ich hatte jeden Tag, jeden Tag um drei Uhr bin ich aufgestanden, Augen offen. Du machst eine Eier an vom Fernseher und machst eine Wasserflasche vor dem Fernseher. Wunder. Ja, natürlich, wenn man nicht lesen kann und so, aber natürlich besser. Besser, wenn man selber liest, natürlich. Das ist das Beste, was man macht. Ja, jetzt, jetzt denke ich, das bewegt sich die ganze Zeit was. Wallah, ich habe Angst jetzt. Ich habe immer Barelo. Wisst ihr, Wir sind da, Barelo, du. Allallah, Abou Noa hat so viel Saber. Barelo, mashaAllah, wallah. Das ist ein sehr schöner Hadith. Ein anderer, ein anderer, ich meine, würde dich schon auspatschen. Ich habe, Barelo, nein. Barelo, wir haben ja auch Privatkontakt. Ich weiß, Barelo liebt die Religion, alhamdulillah. Ich mache nur Spaß, wallah. Warum das denn? Warum das denn? Was denn das denn? Was denn das denn sein? Warte, warte, warte. Lass ihn mal, lass ihn mal, lass ihn mal ein bisschen reden über Islam und so. Okay, okay. An alle, die Angst haben, ihr braucht keine Angst zu haben, ja, weil ihr hört auf diesen schönen Hadith Qudzi. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith Qudzi, wisse, oh mein Diener, wenn die gesamte Menschheit, die gesamte Menschheit, alle Menschen und alle Jinn sich versammeln, okay, um dir zu schaden, Barelo. Stell dir jetzt vor der Tür, alle Menschen, alle Jinn stehen da und wollen dir jetzt schaden. So können sie es nicht, außer, wann? Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt es. Und wisse, wenn die gesamte Menschheit, die gesamte Jinn, alle sich versammeln, um dir etwas Gutes zu tun, so können sie es nicht, außer Allah erlaubt es, Habibi. Ganz einfach, fertig. Ich habe eine Geschichte, ja, aber das wirklich war und so, ne. Ich weiß nicht, ob das hier ein Gym war oder ein Mensch. So, ich war, ich war auf dem Weg zum Fitness. Ein Mann, ein Mann, ne, stand die ganze Zeit hinter mir, also was heißt hinter mir, so 20, 30 Meter so, ne. Und ich hatte Kopfhörer und so, ne, ich habe die ganze Zeit Kopf gedreht, er war da und so, ne. Ich gehe Fitness, ich gehe Fitness, ich bin fertig mit Fitness und so, ich fahre, ich gehe wieder zurück, so, äh, nach Hause und so. Ich drehe zurück, wieder der gleiche Mann. Entweder war das Zufall beim Gehen und beim Zurückgehen, dass ich, dass ich den gleichen schaue und so, aber ich drehe mich die ganze Zeit um und so, jede, jede fünf Minuten und da steht immer in Tamiya und so, ne, bis ich nach Hause gegangen bin. Das ist krass. Entweder Zufall, der Mann irgendwo in der Nähe wohnt oder unten den Weg musste oder? Er wollte deinen Tee's auseinander bringen. Hätte ich ihn einfach lieber gefangen, war der dann denn da. Warum verfacht du mich? Hahahaha. Hahahaha. An alle, an alle, die Angst haben, ganz kurz barello. Alle, die Angst haben, Gebet schützt euch davor. Es steht auf, betet. Koran schützt euch davor. Gute Taten. Diese ganzen Sachen, das schützt euch. Was, was fördert das? Was fördert, dass ihr besessen werdet und so weiter? Wenn ihr an schlimmen Orten seid. Clubs. Wenn ihr Sinner macht. Alkohol, Sinner. Diese ganzen Sachen, das ist Haram. Das fördert diese ganzen Sachen. Ja? Dann wird man auch leichter betroffen. Aber wenn du geschützt bist, wenn du Koran liest, machst und tust, das ist ein Schaden für die Jinn. Wenn die in denen drin sind zum Beispiel. Das gefällt dir nicht. Aber Abonur, du hast ja gesagt, Bruder, wenn man das einmal hat, das geht auch nicht so. Von alleine weg einfach. Ja, man muss sich belesen, Bruder. Viel, viel, viel Koran lesen, Bruder. Sich selber belesen. Man muss lesen. Wasserflasche trinken, jeden Tag. Immer. Je mehr du das machst, du schadest. Der Jinn wird kleiner. Er kriegt Schaden, Bruder. Bis er irgendwann selber rausgehen will. Ist ihn unangenehm. Umso mehr hat er keinen Bock mehr auf dich. Genau. Wallah. Ja, Bruder. Glaube ich. Ja, ne, es hilft sich. Möge Allah uns vor sowas bewahren, ja. Allahumma amin. Amen. Wallah. Ja, Bruder. Die kommen auch zu Menschen, die kein Iman haben. Nicht so stark imam, Wallah. Ja, aber auch wenn der Iman groß ist, kommen die trotzdem, Bruder. Nein, nein, die kommen nicht, Wallah, wenn dein Iman stark ist. Doch, die kommen, die testen dich, Bruder. Wallah, die kommen nicht. Da kommt eine höhere Position. Es ist so, dass allgemein, es ist schwieriger, niemanden. Die gehen nur zu schwachen Menschen, Bruder, Wallah. Guck mal, Beton, Bruder, du musst dir vorstellen, jemand, der gläubig ist und der Koran liest und so, das ist wie, wie als ob du, ich vergleiche mal mit dieser Welt, wenn du irgendwo siehst, da sind so zehn Männer, die sind alle bewaffnet und du willst jetzt zu ihnen, zu denen gehen und mit denen Streit machen, so. Das ist wie wenn ein Gläubiger, diese zehn Männer sind der Gläubiger zum Beispiel. Der Djinn weiß, wenn ich jetzt dahin gehe, ich werde attackiert, ich werde das, das. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Aber kann es sein, wenn Allah es erlaubt und Allah einen auch starken prüft, dass ein Djinn bei ihn reinkommt. Das geht theoretisch. Es ist schwieriger, aber es geht natürlich theoretisch. Mein Vater, mein Vater war in der Türkei und der hat sich mit einem Hoxha getroffen und der hat gesagt, irgendjemand hat auf uns alle schwarze Magie gemacht, Bruder. Aber was haben die davon, seine schwarze Magie zu machen? Ja, die wollen dein Leben hier auf dieser Dünne einfach verderben, Bruder. Ja. Dass du immer ungibig bist, dass du immer Trauer hast, dass deine Beziehungen kaputt gehen, dass alles kaputt geht. Und es sind Menschen, die neidisch sind, die Augen machen. Warst du oft, wurdest du in deiner Jugend nicht ernst genommen, also zum Beispiel? Weil schwarze Magie... Ja. Wurdest du ernst genommen in deiner Jugend? Bruder, ich sag mal so, ich war in meiner Jugend 110 Kilo, Bruder, mollig. Und ja, Bruder, keine Ahnung, ja, die haben schon ein bisschen so, was heißt, oder wo ich jünger war, weißt du, wie ich meine, das war ja bei jedem so. Bist du albaner, Bruder? Nein, Bruder, ich bin Türke. Aber bei uns zu Hause wird auch immer gebetet, Bruder. Alhamdulillah, ist gut. Alhamdulillah, aber trotzdem, die machen halt diese Ding, schwarze Magie, Bruder. Ja, ja, natürlich, das kann. Aber Alhamdulillah, Bruder, Allah bewahrt. Guck mal, das Schöne ist doch... Das Schöne ist doch, weil wir... Du kannst jetzt, wo du im Auto sitzt, Koran machen, ein bisschen leise. Bruder, schau mal. Ich mach immer diese, Bruder. Ja, aber dieses ist auch gut, aber du kannst auch ein bisschen dein... bisschen so schön Koran machen, ein bisschen leise machen und hören im Auto. Ist auch gut, Bruder. Ja, das Schöne an der Sache, das Schöne ist, Alhamdulillah, auch wenn uns dieser Schaden trifft, okay, das ist eine Prüfung. Wir kriegen trotzdem, wir kriegen Lohn dafür. Wir sind geduldig, wir haben Sabr, wir bekommen Lohn. Egal, was uns trifft, es ist gut für uns. Auch wenn du uns so weit trifft, Alhamdulillah, wir sind zufrieden mit der Bestimmung Allahs. Weil, wenn du diese Prüfung bestehst, Bruder... Sagt Allah im Koran. Tretet ein im Paradies in Frieden. Das ist der Tag der Ewigkeit. Bruder, was juckt dich, was hier in Sadunia passiert ist, wenn du diese Worte hörst? Bruder, trete ein ins Paradies. Hört man den Erzahn hier gerade eigentlich? Ja, ja. Man hat ihn, ja. Maşallah, man. So schön, Maşallah. Valla, du hast so eine schöne Stimme, Bruder, Maşallah. Valla. Möge Allah, ich... Möge Allah, ich belohne, mein Bruder. Der Bruder ist gesegnet, ja? Valla, er hat so ein Nur im Gesicht, Maşallah. Valla, er hat so ein Nur im Gesicht, Maşallah. Valla, er hat so ein... Valla, ist der Islam-Kvist. Du bist echt gesegnet, Maşallah. Er hat so ein schönes Freund, ich finde dich, Walla. Valla, ich bin der Schlechteste hier. Er hat so ein Nur im Gesicht, Maşallah. Nein, Bruder, ich bin hier der Schlechteste, Maşallah. Ihr seid die guten Brüder, Allahumma Barak. Möge Allah es segnen. Ich auch, Bruder, die ich auch sehe. Bruder, guck mal, ich sage euch was. Wahre Brüderlichkeit ist genau das, dass wir uns gegenseitig zum Guten erinnern, dass wir uns über solche schönen Themen reden, dass wir einander gönnen, dass wir... Das ist wahre Brüderlichkeit. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsi. Niemand ist wirklich gläubig, bis er für seinen Bruder nicht das liebt, was er für sich selber liebt. Und Bruder, ich liebe doch für meine Brüder das Paradies. Ich liebe doch für sie das Gute. Deswegen machen wir das. Heutzutage gibt es leider... Das Wort Bruder hat Wert verloren. Heutzutage, dieses Thema Bruder, jeder ist auf einmal Bruder, keiner gönnt dem anderen was, subhanallah. Aber die wahrhaftige Brüderlichkeit ist die, die ihm dient, im Glauben. Das ist die wahrhaftige und die richtige und ernste, ehrliche Brüderlichkeit. Weil ohne Interesse, guck mal, das ist auch ein wichtiger Punkt, ohne irgendein Interesse, haben wir jetzt zusammen irgendein wirtschaftliches Geschäft oder so? Nein, nichts. Wir sind einfach nur Brüder für Allah und ermahnen uns gegenseitig zum Guten. Heutzutage, man hat nur mit Leuten zu tun, wenn man was von denen hat, irgendeinen Nutzen. Leider. Was bedeutet Rukia? Rukia ist das gelesen. Bitte macht alle Prüder. Danke, Rukia. Danke, Rukia. Danke, Rukia. Danke, Rukia. Danke, Rukia. Ja, Bruder, aber eine Frage noch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Dünya verflucht werde und mein Leben lang immer nur schwere oder, keine Ahnung, immer so, sagen wir mal, leidende, ne, bekomme ich dafür die Belohnung oder wo? Irgendwas. Bruder, es ist kein schlechtes Zeichen, wenn man geprüft wird. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, die Allah am meisten liebt, sind wer, die, die am meisten geprüft werden. Ja. Und dann, die Propheten wurden am meisten geprüft. Bruder, die Propheten, sie waren die besten Menschen. Aber Hamza, möge Allah dich mit Geld prüfen lassen, dass er dir viel Geld schickt. Amen. Okay, und was ist das jetzt? Was willst du mit Hamza? Hä? Was willst du mit Hamza? Doch besser, mit Geld zu prüfen, als mit Armut. Bruder, ist mir egal, mit was er mich prüft. Inschallah werde ich immer die Prüfung bestehen. Bruder, da fragt jemand, kannst du fragen, Selbstbefriedigung sucht bei Selbstbefriedigung, wenn man da nicht rauskommt. Bruder, man soll wissen, dass es halam ist, wenn man das macht, immer wieder. Und dieses Thema Selbstbefriedigung ist auch... Hm? Ist auch haram, ja? Aber guck mal, beim Thema Selbstbefriedigung ist auch ein Punkt, wo die Djinn sehr leicht bei jemanden reinkommen können, während er das macht. Gras. Alles mal zufrieden. Oder sie das macht, ja. Und, äh, Oja Abi? Hm? Boah, ich würde eine Frage stellen, aber ich stelle lieber privat. Sag mal, sag mal, stell mal deine Frage. Kann sein, dass man zum Beispiel... Hm... Natürlich ist das haram und so, ne? Aber die Djinn sehen uns. Man... Wir sehen die nicht. Wenn man Jacks und so, kann man... Kann sein, dass wir die Djinn treffen oder so? Also... Nein? Nein? Wenn du was machst? 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 Aber, Oja Abi, du verstehst, was ich weine, ne? Ja. Alles gut, also... Wir können die Djinn nicht in ihrer Wahrung gestalt sehen, das ist klar, das steht im Koran. Ja. Wir können ihn nicht in ihrer Wahrung gestalten sehen, aber... Kann sowas nicht passieren, ne? Ist das nicht... Nein. Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben. Ähm... Sollte man auch so mit Boxershot und so duschen? Nein, muss man nicht. Man kann das ganz normal. Aber, es ist wichtig, dass man immer sagt, Bismillah, wenn man seine Sachen auszieht und anzieht. Bismillah. Wenn man Bismillah sagt, schützt man sich vor den Augen der Djinn. Bismillah. Ja? Sehr, sehr wichtig. Welchen Fluch haben die bei unseren Propheten gemacht? Sollallahu a' la'l salam. Sollallahu a' la'l salam. Sollallahu a' la'l salam. Sollallahu a' la'l salam. Genau da wurde Surah al-Falak und Surah al-Naz offenbart. Als der Prophet, sallallahu a' la'l salam, verzaubert wurde. Und dann hatte diese beiden Schutzsuchen als Schutz bekommen, sozusagen. Okay. makler berlin alles gut ja was machst du nicht ich verstehe ich immer ich du besuchst auf mich was kannst du machen ich versuche dich ich frage dich nur was du da machst aber auch wenn ich habe diese frage ich habe diese frage gestellt wenn du auf eine insel gehen und und du darfst zehn tiktoker mitnehmen und ihr müsst ihr überleben welche 10 tiktoker nimmst du mit warte warte ich mich würde interessieren wenn abu hamza mitnimmt barello auf jeden fall gar nicht barello würde ich nicht mitnehmen ich glaube ich würde den ertrinken aber 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 mit einer auswahl er darf nicht so reden sondern mit diesem anderen deutsch warte da denn deine lache ist so ansteckend ich schwöre du und dich beste kombination die leute feiern uns weiter ich würde beton mitnehmen abu nuch auch Wer macht noch alles TikTok? Wen soll ich noch alles mitnehmen? Noch drei Leute. Mein Bruder? Abo Asman? Ach, zwei. Noch zwei. Willst du Ohmut nicht mitnehmen oder mag ich mit? Ja, Magomet auch, Magomet auch, Wallah, der ist richtig unterhaltsam, Wallah, und der macht immer Action, Wallah. Und der ist auf links zum Beispiel, wenn du Dus hättest, er würde direkt Wasser holen. Und hier, Magomet, Wallah, Magomet, Wallah. Umut, 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 sorry, Umut. Magomet und Umut, zum letzten. Wer hat Barilo alles ausgesucht? Dich als Ersten. Ich spiele gleich. Außer Mumu, Erzat Hamid. Nabil auch, ha? Nabil auch, ha? Nabil auch, ha? Ja, aber Dich als Ersten. Und der ist ja auch ein Mann. Ah, ha? Ah, ha? Ich schwöre, Wallah, Abu Hamza. Barilo, bester Warnia, ich will ihn einmal treffen, Wallah. Noch nie haben wir uns gesehen, Wallah. Noch nie, Wallah, noch nie. Wallah, ist korrekt, Ander, ich schwöre. Lass uns einmal treffen, Wallah. Ich schirr auf alles, ja. Aber ich weiß nicht, wenn wir uns treffen, ob wir was gegeneinander haben, oder es hältst du dich unter uns. Weil ich verstehe dich nicht. Es wird reden, es wird reden, Wallah. Du hast geschworen, egal wo du mich siehst, du wirst mich angreifen. Nein, nein. Nein, niemals, Wallah. 13.10. Meine Ladenöffnung. Du wolltest doch kommen nach Berlin. Danach können wir unseren Bruder besuchen, oder er kann auch kommen. Ja, Wallah, gerne, Wallah. Wallah, gerne, Wallah, so gerne, Wallah. Was für ein Laden, Bruder. Aber der kommt sowieso nicht. Komm du hoch, Beton, Bruder, komm du hoch. Ich komme selbst, wenn er ... Inshallah. Wir gehen alle dahin, Wallah, Bruder. Das ist ein ... Das ist ein ... Das ist ein ... Das ist ein ... Ich wollte vorhin eine Frage, das ist wirklich eine wichtige Frage und wir müssen uns diese Frage stellen. Stellt euch vor, jetzt wäre der jüngste Tag. Glaubt ihr, was denkt ihr? Wenn ihr jetzt der jüngste Tag ist, ist er positiv oder seid ihr eher negativ? Hör du da Paradies. Ich denke, Paradies. Ich denke auch, Bruder. Immer vom Guten ausgehen ist am besten. Ich habe jedem Menschen geholfen, jeden Menschen, den ich kenne. Aber wenn du es erwähnst, ist nicht so gut. Ja, Bruder, ist egal, ob ich es erwähne oder nicht. Er hat die Frage gestellt, Bruder. Aber Bruder, glaub mir, wenn du vor Allah stehst, werden die anderen, die du es erwähnt hast, neben denen auch dir nichts bringen, Bruder. Ja, ich weiß, was ihr meint, aber er hat gefragt, ich habe geantwortet. Aber manchmal, Beto, manchmal diese Häfen, was wir denken, wir haben Gutes getan. Manchmal zieht das nicht als Gutes. Vielleicht hast du jemandem geholfen, der das nicht nötig hatte. Aber hast du jemandem geholfen, der das nicht nötig hatte. Verstehst du, was ich meine? Ja klar, natürlich, Bruder, natürlich. Barrello hat, glaube ich, sehr viele arme Menschen geholfen, Wallah. Natürlich. Glaube ich, Bruder, glaube ich. Wallah. Sehr viele. Eine Frage an euch. Reicht es, wenn man ein gutes Herz hat, oder muss man auch Taten vorweisen? Taten vorweisen, Bruder. Taten vorweisen, natürlich. Was bedeutet Taten vorweisen? Ich verstehe diese Deutsch nicht. Gebete, Bruder, Gebete. Alles, bedürftige Menschen, arme Menschen, sowas helfen, schwache Menschen. Die bedürftigen Menschen. Barrello, man braucht Argumente vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn er fragt, was hast du gemacht? Ja, Wallah, ja. Was willst du ihm sagen? Damit du sagen kannst, ich habe den und denjenigen geholfen, denen geholfen. Fulan, Fulan, Gott. Genau, in erster Linie die Pflichten, Bruder. In allererster Linie wird man befragt werden über die Pflichten. Was hast du gemacht? Hast du ein Gebet gemacht? Unter die anderen Säulen im Islam? Das wird die ersten Fragen, das... Und deswegen, man muss das vorbereiten, subhanallah. Allah, Allah, wa ta'ala. Reicht leid, inshallah, wa Allah. Sagt amin, Leute. Sagt amin, Allah. Amin. Barrello, sag amin. Amin. Warum, wenn man Al-Fatihah sagt und so, ne? Wenn man Juba betet und so. Warum muss man diese Amin auf die Länge ziehen? Nicht zum Beispiel Amin. Sagt amin, Leute. Amin bedeutet, oh Allah, mach es in Erfüllung. So soll es sein. Man bestärkt das Bittgebet. Und Al-Fatihah, was viele nicht wissen, ist ja ein Bittgebet. Es ist eine Dua. Man sagt Allah, Oh Allah, leite uns den geraden Weg. Es ist wie, als ob du Dua machst. Leite uns den geraden Weg. Den Weg derer, die du deine Gnade erwiesen hast. Nicht den Weg von denen, die irre gegangen sind. Und nicht den Weg, auf den du Zorn hast. Allah, leite uns den geraden Weg. Und nicht den Weg von diesen schlechten. Und dann sagt man am Ende, Amin. So soll es sein, oh Allah. Erfüll dieses Bittgebet von mir. Aber warum muss auch die Länge so gezogen werden? Amin. Also ist das besser? Nein, nein. Sag ich dir, guck mal. Es gibt ein Hadith, das, wenn, also vor allem im Gemeinschaftsgebet, wenn der Imam und die Leute hinter ihm zusammen Amin sagen, dann mit den Engeln auch zusammen Amin, dann sagen die Engel auch zusammen Amin. Das ist was, da war was sehr, sehr besonderes. Ich habe jetzt den Hadith vergessen, das war eine Belohnung, man kriegt. Bist du eigentlich Moslem? Alhamdulillah. Sag Allah. Allah. Ich bin einmal zum, also ich bin einmal zum Freitagsgebet gegangen, die Moschee war schon voll. Einmal noch? Und da wollte ich halt rein, ne, zum Gebet. Und da war einer, da war einer, der hat mir, der hat mir mit seinen Ellenbogen die ganze Zeit reingedrückt. Ganze Zeit reingedrückt. Und ich bin so ein Mensch, ich bin ein, wie soll ich sagen, so, ich würde eigentlich darauf reagieren und so, würde ich sagen, zum Beispiel, ey, was machst du oder so. Ich habe mich halt zusammen gerissen. Ich habe halt nichts gesagt. Und der hat mir weiter reingedrückt, weiter reingedrückt, der hat mich richtig provoziert und das war im Gebet bei Juma. Und ich habe mir gedacht, sabr, 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 ich habe einfach das ignoriert. Und der hat reingedrückt, reingedrückt, der hat nicht mehr aufgehört. Der drückt bei mir rein. Und ich habe mir gedacht, okay, komm, ich ignoriere das jetzt. Und dann habe ich mein Gebet gemacht. Nach dem Gebet bin ich rausgegangen und er stand da vor der Tür. Und dann sagt er so, salam alaikum, ich so, alaikum salam. Dann sagt er so, ey, tut mir leid wegen vorhin, der Schaitan hat mich, äh, der Schaitan hat mich dazu gebracht, das zu machen. Ich habe den so angeschaut. Ich dachte mir, eigentlich müsste ich ihm jetzt eine Box geben, ne. Aber dann habe ich mir einfach gedacht, komm, dreh dich um, einfach geh. Mhm. Okay. Bruder, er hat versucht, auf sich Maskara zu machen in diesem Moment und so, um zu gucken. Aber im Moschee doch nicht, Bruder. Ja, aber Menschen sind krank. Wallah, die sind krank. Das hat mit Schaitan, glaube ich, nichts zu tun. Ähm, Mo, Bruder, einer fragt, kennst du eine Gesellschaft, die Brunnen bauen? Ja. Unser Bruder, Barelo, Mögalain, hat heute auch ein Brunnen gemacht, bauen lassen. Und ich werde selber am Ramadan vor Ort sein, inschallah auch Essenspakete verteilen an die Bedürftigen und so weiter. Und auch dann selber, ich werde auch ein Vlog wahrscheinlich machen oder eine Reportage oder mal schauen. Und, äh, dann werden wir dich schönen Brunnen sehen. Und ich glaube, ich werde dich mehr bauen lassen, aber mit Zeit und so, nicht auf einmal, sondern... Sehr gut, Bruder, guck mal, das Bauen von Brunnen ist das Beste, was man machen kann an Startdach. Warum? Diese Tat... Marelo? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, das ist gut. Vielleicht du vergisst das jetzt nach ein paar Tagen, nach einer Woche, nach Monaten. Aber das läuft weiter. Deine Hassanat laufen, 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 laufen. Sogar wenn du stirbst, deine Hassanat laufen. Plus, 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 plus. Immer wenn jemand trinkt, wenn jemand damit Wudu macht, wenn jemand dadurch betet und so weiter. Alles an deine Hassanat. Und deswegen, Bruder, die beste Sadakat, Tat, das ist erstmal ein Punkt. Der Punkt ist, man hilft den Menschen, man hilft seinen muslimischen Geschwistern vor allem, aber auch den Menschen. Ja, man kann auch an Nicht-Muslime spenden, ist kein Problem, um denen zu helfen. Man hilft denen. Und dann kriegt man was, auch die ganze Zeit Hassanat, man macht was Gutes für die. Und das hat viele Vorzüge, Alhamdulillah. Ja. Deswegen, sowas kann man immer machen. Warte, ich gucke, die Leute sagen, ABK ist live, ja? Und Javi, wollen wir ABK reintun? Ja, gerne. Mit ihnen wollte ich mal ein bisschen quatschen. Ja, weil du weißt schon, was alles passiert ist zwischen denen und Manuels und denen und denen. Weißt du schon die Geschichten oder bist du? Nein. Ich habe damals mitbekommen, er hat irgendwas über Islam und ich weiß aber nicht mehr, was irgendwas Negatives über Islam, glaube ich, gesagt. Aber ich bin mir nichts mehr sicher, ich habe es nur ganz grob im Kopf. Aber das ist schon lange her, Jahre, glaube ich, oder Monate oder Jahre, ich weiß es gerade nicht. Ja, soll ich rausgehen, wollt ihr mit ihm rein? Nein. Ja, es hat uns gefreut, dann bleib stark, Wallah. Sadaqa Jariyah, Bruder. Der Begriff für eine fortführende Sadaq heißt Sadaqa Jariyah. Hallo. Ja. Was ist los? Nichts. Ich sehe ihn ein bisschen gerade. Hast du dich abonniert? Zeig mal, zeig mal. Ich bin schon von Karten. Hier. 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 Wehlin, Spitter, und bei Gehlau. Ja, das ist ein Problem. Ich fahne. Ich fahne. Gehlau. 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 Scherr, ja. Okay, jetzt hab ich aber am da und bett und ich glaub, ich geh kurz zu rieb, anna. Okay, okay. Ok, Bruder, ok.